Okay, ich muss abwarten und seinen Sprint abwehren. Was? Noch eine Saphir-Legie? Mist, ich hab ja schon wieder überzogen, ey. Wie die Zeit vergeht. Gut gemacht, Luxor. Bravo. So. Jetzt kann ich den letzten Schalter drücken. Oder auch nicht. Ich wünsche, Saphir-Legien würden genauso schnell platt gehen. Okay. Runtek Plus. Yes. Okay. Das waren alle. Wundervoll. Einfach wundervoll. Die Lichter sind an. Jetzt kann der Schatten durch zum Spielen rauskommen. In Klammer, äh, in... Zeichen. Hurra! Ich sag Hurra, wenn ich dir in die Fresse gehauen hab. Ich kann keinen Schatten durch sehen. Die Lichter sind ja auch nicht hier, sondern da drüben angegangen. Und wo... Und du wirst uns nicht verraten, auch wenn wir fragen. Stimmt's? Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich das tue. Heute ist es in der Zeit, euch zu sagen, dass euer Job... Darin besteht, in dem Zimmer mit dem schlafenden Türknopf nachzusehen. Gut, dass ich weiß, dass er recht hat. Sonst würde ich dem Kater nicht trauen. Oh, fickt euch. Ich kümmere mich jetzt nicht um euch. Okay, das... War, glaub ich, die falsche Richtung. Nein, das war die richtige. Oh, es ist ein... Der Nova Schatten durch ist einfach nur ein großer Schattenschalk. Okay, was heißt der groß? Der ist riesig. Oh, jetzt kann ich ihn mit... Oh... Mein End-Limit ist endgeil. Mit dem Limitbrecher geht der echt schnell kaputt. Schiltek plus... Was ist das wert? Gehen wir zurück, Roxas. Einfach nicken und... Nichts wie... Hoch. Ich hätte das wissen sollen. What the fuck, wo kommen die her? Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter. Noch mehr. Komm her, du Feigling. Okay, der Enten verschwindet nicht und es ist immer noch eine Streifenarie dazugekommen. Boah, seit wann fliegen die Kugeln solche Kurven? Ich stelle mich schon mal drauf ein, dass ich 100 Herzlose hier platt machen muss, bis ich zur Tür komme. Und ich habe keine Magie mehr. Ja, gut gemacht, Luxor. Bravo. Die Gegner hier nerven, denn sie tauchen ständig auf. Wo kommen die Streifenarien alle her? Hallo? Zu einem Ärgernis tauchen auch nur dann welche auf, wenn ich die alten Herzlosen besiege. Das ist nicht lustig. Boah, ja. Ah, shit, ein geradenvoller Tod. Untersuchen. Jetzt bin ich groß und jetzt will ich raus. Boah, die Welt hier ist für den Arsch, ganz ehrlich. Und jetzt eine geile Szene, dafür bin ich leise. Man, time flies. So, you got the number memorized, do ya? Yeah. I have to hang on to something, right? It's not like I have memories from before the organization. Don't you remember? I acted like a zombie. Right, that first week you could barely form a sentence. But come on, you're still kind of a zombie. Oh, thanks. Hey, Ruxus. Bet you don't know why the sun sets red. You see, light is made up of lots of colors. And out of all those colors, red is the one that travels the farthest. Like I asked, know-it-all. Hmm, er scheint was zu wissen. Ich mein, wir wissen, dass er was weiß, also... Ruxus. Ich weiß nicht, ob sie heute noch auftaucht. Ist sie wieder zusammengebrochen? Sie... Hm. Was, hast du es nicht gehört? Sie wurde auf eine sehr wichtige Mission geschickt. Ziemlich cool, hm? Oh, und wann kommt sie zurück? Nun, das hängt davon ab, wie gut sie ihren Job erledigt, oder? Hm, da hast du wohl recht. Gut vertuscht, Axel. Gut vertuscht. Ja, komm, blend aus. Missionsergebnis. Nein, besser noch. Nein. Dann bin ich nicht derjenige, der ich vorher war. War nicht ich. Oh. Missionsergebnis. Und wir kriegen haufenweise... Oh, Stufentrippler. Naja. Zeit zu schneiden, würde ich mal sagen. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. See ya, Leute. See ya. Ich werde hier die richtige Stelle anhalten. 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 Vielen Dank.